Unity rudert zumindest teilweise zurück, was die neuen Gebühren für Entwickler angeht, Starfield bekommt sein erstes Update, Dying Light 2 verärgert Fans mit seinem neuesten Patch und Square Enix verliert gewaltig an Wert. Moin zusammen, Lenny wieder hier mit den News. Heute schauen wir ziemlich tief hinter die Entwicklerkulissen und sehen uns die Bedingungen an, unter denen Spiele hergestellt werden. Ich hoffe, ihr habt Bock, wir schauen rein. Die News werden euch heute wieder präsentiert vom BeQuiet Shadowbase 800, dem Midi-Tower mit vier vorinstallierten Lüftern und jeder Menge Platz für euren nächsten Traum-PC. Danke für die freundliche Unterstützung und jetzt geht's weiter. Die Macher der Unity Engine, einer der populärsten Technik-Schnittstellen für Videospiele, bereiten Entwicklern gerade ordentlich Kopfzerbrechen. Denn ab 2024 sollen Spiele-Devs, die die Engine nutzen jedes Mal eine Gebühr von bis zu 20-Cent-Zahlen, wenn ihre Games installiert werden. Das macht Entwicklung auf Unity natürlich potenziell zu einem finanziellen Albtraum. Denn gerade durch Sales, Spiele-Abos und Aktionen wie das Humble Bundle kann es passieren, dass Spiele auch spät in ihrer Lebenszeit nochmal zu Tausenden installiert werden. Da läppert sich die Gebühr schnell und die Möglichkeit, dass quasi gezielt Angriffe auf Studios geplant werden können, indem Trolle zu Masseninstallationen bestimmter Titel aufrufen, ist da noch nicht mal eingerechnet. Dieser Schritt erzürrt EntwicklerInnen weltweit und gestern machten sich bereits jede Menge von ihnen auf Social Media Luft. Nun hat sich auch Unity selbst zur Situation geäußert und will einige Dinge klarstellen. Am Dienstag hieß es gegenüber Axios von Unity noch, dass die Gebühr jedes Mal fertig wird, wenn ein Spiel installiert wird. Also auch, wenn ihr dasselbe Spiel deinstalliert, um es danach erneut zu installieren. Hier rudert man jetzt zurück. Die Gebühr soll nun lediglich bei der ersten Installation eines Spiels anfallen. So soll Installationsbombing verhindert werden. Die Gebühr fährt aber auch nach wie vor an, wenn Spiele ihre Titel auf einem zweiten Gerät, wie etwa einem Steam Deck, installieren. Spiele-Demos und Titel, die im Rahmen von Charity-Aktionen wie dem Humble Bundle installiert werden, sollen von der Gebühr nun ganz ausgenommen sein. Was Abo-Dienste angeht, soll die Gebühr nicht vom Entwickler selbst, sondern vom Besitzer der Vertriebsplattformen gezahlt werden, im Falle des Game Pass, also zum Beispiel Microsoft. Die Gebühr fällt wohl außerdem auch nicht rückwirkend für bereits existierende Spiele an. Unity-Create-Präsident Mark Whitten geht davon aus, dass unter diesen Bedingungen etwa 10 Prozent der Unity-Entwickler von Gebühren betroffen sein werden. Bereits zuvor war angekündigt worden, dass die Gebühr nur bezahlt werden muss, wenn EntwicklerInnen eine bestimmte Menge an verkauften Einheiten erreichen. Nutzer von Unity's kostenlosem Personalplan zahlen zum Beispiel eine Gebühr von 20 Cent pro Installation, sobald ihr Spiel 200.000 Downloads erreicht hat und mehr als 200.000 Dollar eingenommen hat. Nutzer des Unity Pro Plans, der 2.000 Dollar im Jahr kostet, müssen höhere Verkaufszahlen erreichen und zahlen dann insgesamt auch geringere Installationsgebühren. Mit wütenden Fans hat gerade wiederum Dying Light 2 zu kämpfen. Das Zombie-Parcours-Spiel vom polnischen Studio Techland hat zuletzt nämlich ebenfalls mit unpopulären Entscheidungen auf sich aufmerksam gemacht. Ein Jahr nach Release wurde jetzt nämlich plötzlich Mikrotransaktion und eine neue Premium-Währung in das Spiel eingeführt. Eigentlich hatte Techland es seit dem Release von Dying Light 2 geschafft, die Fans mehr und mehr auf seine Seite zu holen. Über die Zeit gab es stetig neue Updates, die zum Beispiel die Nacht im Spiel dunkler und gefährlicher machten, den Nahkampf verbesserten und die Waffeneffekte blutiger werden ließen. Das neue Summertime-Update, das vor einer Woche erschien, hat dieses Vertrauen jetzt aber wieder eingerissen. Denn neben Comfort-Features wie einem überspringbaren Prolog führte es auch die Dying Light Points ein. Das ist die neue Premium-Währung, mit der ihr im Shop des Spiels DSC-Inhalte erwerben könnt. Der eigentliche DSC-Shop ist dabei nicht das Problem, den gab's auch schon im indizierten Vorgänger. Neu ist hingegen die Fantasiewährung, mit der ihr diese Inhalte bezahlen müsst. Denn statt auf einen Blick zu sehen, wie viel Geld ihr für neue Inhalte ausgebt, ist nun alles hinter den Dying Light Points verborgen. Die könnt ihr außerdem nicht 1 zu 1 in Euros umtauschen, sondern nur in Bundles kaufen von 500, 1100, 2300, 3600 oder 6500 Punkten gleichzeitig. Was die Preise weiter versteiert. Geplant ist, dass die Möglichkeit, DSC-Inhalt direkt in Euro zu bezahlen, nach und nach durch das Punktesystem ersetzt wird. Auf Playstation ist das schon passiert, Steam und Xbox sollen folgen. Die Änderungen wirken sich erwartbar negativ auf die Nutzerbewertungen des Spiels auf. Aus Steam ist der Bewertungsdurchschnitt von einem überwiegend positiv auf gemischt gekippt, Techland reagiert auf diesen Ärger in einem Statement auf X. Soweit wir verstehen, bezieht sich ein Großteil der Frustration auf die Preisgestaltung der Bundles, durch die Dying Light Punkte übrig bleiben. Um das Problem zu lösen, schauen wir uns Lösungen an, die die Community vorgeschlagen hat. Wir prüfen die Möglichkeit, einzelne Items aus den Bundles zu kaufen. So können übrige Punkte für verschiedene Bundles ausgegeben werden. Das Bundlesystem so umzubauen würde natürlich Zeit kosten. Außerdem kann man seine gekauften Dying Light Punkte aktuell auch nur für kosmetische Inhalte ausgeben, nicht für Story-DLCs. Auf X schreibt der Dying Light-Account weiter, dass an Lösungen gearbeitet wird. Potenziell wird dazu bald ein AMA mit Dying Light-Franchise-Direktor Tymons Mactala stattfinden. Das League of Legends Europa-Finale findet nächstes Jahr bei uns in Deutschland, genauer gesagt in München statt. Das gab Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach letzte Woche bekannt und sprach dabei von einem Highscore für Bayern. Austragungsort wird die Münchner Olympiahalle und die Veranstalter erwarten über 12.000 Besucher hin. Das Finale findet traditionell in wechselnden europäischen Städten statt, zuletzt am vergangenen Wochenende in Montpellier. Mit dem Zuschlag für München im nächsten Jahr endet nun aber eine jahrelange Odyssee, wie das Branchenportal GamesWirtschaft berichtet. Denn vor einigen Jahren hatte sich der Münchner Stadtrat noch dagegen entschieden, dass sich die Hauptstadt auf das Finale 2021 bewirbt. Zum Streit führten besonders die sogenannten Unterstützungsleistungen, die League of Legends-Hersteller Riot Games voraussetzt. Die hatten sich damals auf 400.000 Euro belaufen. Bayern wollte sich dafür mit 250.000 Euro beteiligen, am Ende kam es aber nicht zu einer Bewerbung, weil SPD, Grüne und Linke dagegen stimmten. Anders sieht die Sache dieses Mal aus. Denn die Verhandlung um die Finanzierung fand hinter verschlossenen Türen statt. Und der Beschluss dazu unterliegt auf Dauer der Geheimhaltung. Wie groß also dieses Mal die finanziellen Beteiligungen der Stadt sind, wissen wir nicht. Vom Digitalministerium heißt es, die finanzielle Unterstützung befindet sich derzeit noch in Verhandlung. Es soll aber nichts auf Kosten der bayerischen Games-Förderung gehen. Das erste Starfield-Update ist da. In ihren Patchnotes auf Steam spricht Bethesda von einem kleinen Hotfix, der einige der Top-Probleme angehe. Danach sollen in regelmäßigen Abständen weitere Verbesserungen folgen. Im Rahmen des Hotfixes veröffentlicht wurden ein Essence-Button für Nahrungsmittel, neue Anpassungsoptionen für Helligkeit und Kontrast, ein neues Kalibrierungsmenü für HDR, ein Slider für das Sichtfeld sowie Unterstützung für 32 zu 9 Ultra-Wide-Monitore und wohl mit am wichtigsten Nvidia-DLSS-Support. Unterstützung für Nvidia's KI-geschützte Framerate-Verbesserung hatten sich viele Spielende schon lange gewünscht, nachdem Starfield zum Launch nur mit der AMD-Äquivalent der FidelityFX Super-Resolution-Technologie aufwarten konnte, die weit weniger verbreitet ist. In der Zwischenzeit gab es schon Mods, die DLSS möglich machten, nun folgt also die offizielle Unterstützung seitens Bethesda. Darüber hinaus arbeitet man wohl auch an offiziellem Mod-Support sowie Treiberverbesserungen für AMD und Nvidia. Wir werden diese Spiele über Jahre unterstützen, deswegen gebt uns weiter Feedback. Selbst wenn wir eure Bitten nicht sofort umsetzen können, würden wir Dinge wie zum Beispiel Stadtkarten liebend gerne in der Zukunft machen. Darüber hinaus sind Modding und Kreativität ein wichtiger Teil von dem, was wir als Firma sind. Und wir freuen uns, dass die Community schon so stark angefangen hat. Lasst das Feedback weiterkommen und danke auch an alle, die diese Reise mit uns machen. Nach einem absoluten Hoch in diesem Jahr, kurz vor dem Release von Final Fantasy 16, ist die Square Enix Aktie mittlerweile um ganze 30 Prozent gefallen. Damit hat die Firma nach dem Release des Spiels fast zwei Milliarden Dollar an Wert verloren. Der Einbruch folgt, nachdem das japanische Rollenspiel offenbar nicht den hohen internen Erwartungen gerecht werden konnte. Der PS5 Exklusivtitel hatte sich innerhalb seiner ersten Release-Woche über drei Millionen Mal verkauft. Das liegt in etwa gleich auf mit den Verkäufen von Final Fantasy 7 Remake, das innerhalb von zehn Tagen 3,5 Millionen Einheiten absetzen konnte, aber weit hinter dem letzten nummerierten Teil Nummer 15, der in 24 Stunden allein fünf Millionen Mal verkauft wurde. Weiter an den Profiten nagen Square Enix enttäuschende Verkäufe der letzten Jahre, wie der Live-Service-Flop Marvel's Avengers, der diesen Monat eingestellt wird, und Square Enix große neue Marke Fosco. Das Wirtschaftsportal Bloomberg konnte für einen Artikel über die aktuelle Situation mehrere Angestellte anonym befragen. Ihnen zufolge leidet die Firma an Problemen, an ihrer Entwicklungsstruktur und bei der Qualitätskontrolle. Einzelne Producer erhielten bei Square Enix zu viel freie Handhabe und Kontrolle über ihre Projekte. Den Markt mit unfertigen, schlechten oder ungetesteten Spielen zu überschwemmen, ist ein schlechter Schachzug, sagt der Tokiota-Entwickler Michael Perfontaine mit Bezug auf Marvel's Avengers, Forspoken und Diofield Chronicle. Das Unternehmen hat sich mit zu vielen Titeln ohne angemessene Aufsicht überfordert. Vor kurzem hat Square Enix bekannt gegeben, dass eine PC-Version von Final Fantasy XVI in Entwicklung ist sowie zwei Download-Inhalte. Was haltet ihr von den aktuellen Entwicklungen bei Square Enix? Habt ihr eines der genannten Flop-Spiele gespielt? Und werdet ihr für die LoL-Finals nach München fahren? Bequem zu Hause bleiben und weiterschauen könnt ihr auf jeden Fall jetzt. Entweder mit unserem Test zu Dune Spice Wars oder ihr schaut bei den Kollegen von GameStarTalk vorbei, wo Gerardin mit Dennis Michel bespricht, warum der 1.200 Stunden Spelunky 2 gespielt hat. Wie findet ihr da noch Zeit zum Artikel schreiben? Wählt ihr immer weise und Liebe geht raus!